Ein junger Soldat aus Wien bricht bei einem Marsch zusammen und stirbt. So passiert vergangene Woche in Niederösterreich. Zunächst wurde vermutet, dass er an einem tödlichen Keim gestorben ist. Die Obduktion zeigt jetzt, der Rekrute ist an extremer Überhitzung gestorben. Und auch der Vater eines anderen Rekruten erhebt schwere Vorwürfe. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ausbildner und Verantwortliche wegen fahrlässiger Tötung. Nicht einmal einen Monat ist der junge Rekrut im Grundwehrdienst. Den ersten Teil der Ausbildung verrichtet er in der Kaserne Horn. Bei einem Fußmarsch vergangene Woche herrschen Temperaturen weit über 30 Grad im Schatten. Der 19-Jährige klagt nach etwa einer Stunde über Schwindel und bricht zusammen. Am Donnerstagabend stirbt der junge Mann im Krankenhaus. Wie die Staatsanwaltschaft Krems bestätigt, hat er einen Herzstillstand aufgrund von Überhitzung erlitten. Die Ermittler beschäftigen sich jetzt mit der Frage, wie der Marsch abgelaufen ist und ob der junge Mann rechtzeitig behandelt wurde. Ein Gutachten, ob der Rekrut Vorerkrankungen hatte, steht noch aus. Das Bundesheer beteuert, man habe auf die Hitze vergangene Woche angemessen reagiert. Doch der Vater eines Kameraden des Verstorbenen erhebt schwere Vorwürfe, will aber vorerst anonym bleiben. Also es ist sicherlich kein Einzelfall. Schon am Tag zuvor gab es Feldübungen, wo meines Wissensstandes aufgrund von Aussagen von Rekruten über 20 Personen ohnmächtig teilweise bewusstlos geworden sind und zusammengebrochen sind während der Übungen, was sicher auch der großen Hitze zuzuschreiben war. Am Abend habe der Kompaniekommandant dann den Marsch angekündigt und gewarnt. Dass keiner Glauben braucht, wenn er herumjammert oder sagt, es geht ihm schlecht oder sagt, er kann nicht mehr, dann muss er auf jeden Fall weitermarschieren, weil seine Worte waren sinngemäß. Wer noch Luft hat zum Sprechen, kann auch weitermarschieren. Der Verteidigungsminister reagiert auf den Vorfall mit der Einsetzung einer Untersuchungskommission und seiner Sonderkommission, die die Ausbildungsmethoden prüfen soll.